So, und damit recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Commander 3. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nach Kroatien, Kursi wird uns jetzt alles weitere erzählen. Tja Commander, Sie sind im Gebiet von Not, passen Sie auf sich auf. Unsere Basis in Kroatien hat Probleme. Not hat die Kraftwerke sabotiert und unternimmt einen Angriff nach dem anderen. Halten Sie vor Ort die Stellung, wir schicken Ihnen umgehend mit einem MBF-Verstärkung. Okay, dann wissen wir auf jeden Fall schon mal Bescheid. Und ich würde sagen, auf geht's in die Mission. Okay, ähm, auf geht's. Ausbildung, empfange Nachricht. Das Energieniveau Ihrer Basis ist niedrig. Weisen Sie den Defensivsystem Energie zu, um Not abzuwehren. Werden wir tun, meine Liebe? Neues Bonusziel. Ja, dann zeig mal her. Das Bonusziel. Die Defensivsysteme müssen bis zum Eintreffen der Verstärkung intakt bleiben. Okay, werden wir tun. Ähm, ich habe ja schon mal so ein paar Sachen in Auftrag gegeben. Einfach, weil wir die gleich brauchen werden. Hier kommt man nämlich rüber. Erwarten Befehle. Kommt mir ja das hier vor, ist ein Stück. Wir sind bereit. Aufgepasst. Initialisiere Videoabling. Hallo, mein Freund. Guten Tag, Commander. Etwa verlaufen? Ja, habe ich ein bisschen. Hier ist nicht Ihre wertvolle blaue Zone. Das Gebiet gehört uns. Oh je. Ich sag Ihnen was. Ich lasse Sie durch meine Truppen heimschicken. Und zwar mit den Füßen voran. Du böser, böser Wicht. Das ist, ähm, die Flagg würde ich ganz gerne mal aktivieren. Weil die wird wichtig sein. Ihr Pünnbull. Die gehören mir. Beziehungsweise ist die wichtig. Die Jungs, mach mal die da zuerst weg. Äh, Panzer kann mal wieder hier rüber. Und ich brauche, ja gut. Das Geld kommt jetzt zuerst. Und ich würde vielleicht auch nochmal so ein, äh, so ein Probeaktivieren. Aktivieren. Kommt beim Video hoch. Und ihr Infiltrupps ja heute zu unten mal, ähm, naja, verteidigen. So, du kommst hier rüber. So, das Wichtigste ist, unsere Einheiten müssen überleben. Weil wir haben nicht so viel Geld, nicht so viel Mittel. Und deswegen werde ich einfach mal ein paar Leute in die Baustelle schleifen stecken. Infanterie-Truppereit. Theoretisch müsste man ja eigentlich bis hier absichern, also die Zugänge absichern. Na gut, theoretisch. Infanterie-Truppereit. Kommt mal mit rüber. Infanterie-Truppereit verloren. Bodenunterstützung. Infanterie-Truppereit. Bodenunterstützung. Ein paar Stück weiter vor. Infanterie-Truppereit. So, unsere Raketen-Trupps, die machen gute Arbeit eigentlich. Infanterie-Truppereit. Halten die Waffen bereit. Infanterie-Truppereit. Hier kommt er hier runter, weil hier unten ist irgendwie nichts mehr da. Infanterie-Truppereit. Ganz ruhig. Ja, Sir. Kommt mal hier hoch, bitte. Wir greifen an. Und unterstützt wird mal während, ähm, naja, ist vielleicht das Effektivste, aber, naja. Macht sie fertig. Durchbrechen. Raketen-Truppereit. Einsatzbereit. Raketen-Truppereit. So, das sollte jetzt eigentlich ganz gut klappen. Ich würde euch mal nachher vorne schicken. Weil ich will, ich werde jetzt einfach die Durchgänge hier blockieren. Beziehungsweise könnte ich auch dafür sorgen, dass einer dieser Durchgänge, ähm, okay, blöde Idee. Durch die Jungs jetzt diese blöde Idee. Okay, ich darf das ganze Ding nochmal neu starten. Verdammt, jetzt habe ich hier oben das, ähm, naja, hier oben sind sie durchgebrochen gerade eben. Ich sollte vielleicht mal wieder öfters mal speichern. Ausbildung. Empfange Nachricht. Das Energieniveau ihrer Basis ist niedrig. Ja, das kennen wir schon. Neues Bonusziel. Das Bundesziel kennen wir auch schon. Raketen-Truppereit. Und ich werde die Dinger hier nochmal reparieren lassen. Ausbildung. Raketen-Trupp einsatzbereit. Geheimdienstdaten aktualisiert. Auf Empfang. Die Panzer bleibt mal jetzt hin, ne? Die hätte ich ganz gerne als letzte Möglichkeit, wenn das Ding fällt. Gebäude online. Gebäude online. Bodenunterstützung. Gelddienst. Und hier kommt sie hier her. Ja, so ein bisschen. Böse, böse Bube. Kommt mal hier hoch, bitte. Kommt hier noch was irgendwie? Nein, momentan nicht. Das Wichtigste ist halt, dass uns unser Geld die ganze Zeit reinkommt. Und ich würde jetzt vielleicht mal dazu übergehen, erstmal die Infantriebs zu bauen, damit hier unten keine Sprengmeister durchkommen. Einheit befördert. Unsere Basis wird angegeben. Infantriebsanliebungen. Sammler wird angegriffen. Einheit verloren. Die Sammler sind fast alle da. Kommt mal bitte hier runter. Und manchmal die Turm hier mal aktivieren. Die sollen ja einfach nur so unterstützen. Auf der Seite. Ach, hier ist auch noch einer. Mach die mal wieder weg. Unsere Basis wird angegriffen. Sammler wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Auf zum Tiberium verstanden. Infanterie-Truppe bereit. Da haben wir jetzt drei Sammler. Ähm. Sind die Schuhe oder ich würde jetzt erstmal speichern wollen an der Stelle. Das wäre nämlich mal ganz wichtig. Infanterie-Truppe bereit. Positiv. Bodenunterstützung. Infanterie-Truppe ausreiten. Hier kommt ihr vor. Und ihr bleibt hier. Infanterie-Truppe bereit. Und jetzt brauchen wir dringend Raketentrupps. Melden uns zum Dienst. Und ihr kommt mal hier rüber. In der Seite brauche ich hier hüben. Ring ernst. Ihr kommt mal ein Stück vor. Weil ich will nicht, dass ihr ständig hin und her lauft. Und du kannst dich mal abrühren gehen. Bei, äh, beim Gelegenheit. Ja, Sir. Raketenkruppe einsatzbereit. Fahrtliche Einheiten in sich. Raketenkruppe einsatzbereit. Einheit wird angewiesen. Und ich werde, glaube ich, ähm, die Verteidiger mal ein bisschen nach vorne schieben. Auf der Seite. Aber wir sind eigentlich gegen alles, was von der Seite kommt, zu ganz gut gewappnet. Da kommen ja bloß, da kommen ja bloß Fahrzeuge. Das gleiche mache ich jetzt auch hier auf der Seite. Infranzrietrupp. Melden uns zum Dienst. Raketenkruppe einsatzbereit. Becken Sie sich. Einheit befördert. Jetzt sollen wir einfach mal bloß hier stehen bleiben und aufpassen, dass hier keiner durchkommt. Raketenkruppe einsatzbereit. Einheit wird angewiesen. Verstanden. Kommt damit jetzt wo aus. Raketenkruppe kampfbereit. Raketenbereit. Aber momentan schließe ich ja eh noch nicht mit irgendwelchen exklusiven Sachen. Passt das. Einheit verloren. Wird repräsent. Einheit verloren. Achso, weil da die... Okay, aber vielleicht doch keine so schlaue Idee. Kommt mal her. Raketenbereit. Ja, so. Aber es wurden versucht. Wer hat sie? Einheit wird angegriffen. Panzer, komm mal hier runter. Raketenbereit. Einheit befördert. Unsere Basis wird angegriffen. Okay, auf der Seite gebräuchte langsam ein paar neue Infratriebtrupps. Ja, Sir. Raketengruppe einsatzbereit. Und wir könnten dann mal ein paar BMPs, äh BMTs mal bauen. Machen wir mal zehn Stück. Die warten wir jetzt gleich brauchen. Raketengruppe einsatzbereit. Ja, aber das funktioniert so weit erst mal. Unzureichende Mittel. Ja, ja, unzureichende Mittel. Wir haben genug Sammler, dass die uns hier das Geld reinnimmt. BMT einsatzbereit. Und ich brauche noch einen Infratriebtrupps. Ey, guck mal, das ist sogar einer mit Stern. Sehr schön. Ja, Sir. Der hat auf jeden Fall Power dahinter. BMT einsatzbereit. BMT einsatzbereit. Verstärkungen eingetroffen. Fahrtliche Einsätze sicher. BMT einsatzbereit. Einheit bereit. Bodenunterstützung. Ja, Sir. Wir halten die Stellung. So, hier hüben, klappt es soweit. Und hier hüben, glaube ich auch. Straße blockiert. Nehmer Alternativroute. Ja, hier hüben. Und, ja. Ich sag mal, das kennen wir schon. So ein bisschen. Kommander, wir sind in der Stadt in einen Hinterhalt geraten. Schicken Sie Verstärkung. Ja, ja, die Verstärkung kommt schon. Einfeld abgebaut. Initialisiere Videoabred. Der MWF-Verstärkungskonvoi steckt fest. Er wird von Nordtruppen aufgehalten. Helfen Sie ihn, Commander. Empfange Nachricht. Zerstören Sie die Nordbarrikade, die unsere Verstärkung in der Stadt aufhält. Okay, werden wir tun. Meine Liebe. BMT einsatzbereit. Ich würde auch an der Stelle mal speichern wollen. Ähm, bitte mal hier speichern. Wir haben Feindkontakt, Sir. Ja, gehe ich mal wieder reparieren bei Gelegenheit. Die Umsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Anhalt wird angegriffen. BMT erwartet Befehl. Kommt da noch ein BMT? Ja, da kommen noch ein paar. Junge, was geht denn jetzt hier? Diese Basis ist angegriffen. Kommt mal, Schaufschützen werden vielleicht nicht schlecht. Ja, ja, du bist auserwählt. Das ist, glaube ich, weniger. Bereit für Angriff. Kommt mal bitte zurück. Funktionieren die Luftfilter? Ähm, schafft das Zeug mal wieder nach Hause. Wir haben die Einsatzbereit. Es kann losgehen. Halte durch. Unsere Basis wird angetroffen. Wir können überlegen, ob ich versuche, einen Versuch durchzubrechen. Weil, naja. Unterwegs. Das ist halt dann doch ein bisschen... Wir kommen. Ein bisschen tricky, die Mission. Oh nein. Kommt hier oben wieder durch. Das ist nicht aus den Augen. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Ah ja, sind schon unterwegs. Wir kommen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Einheit wird angerufen. Da brauchen wir oben auf jeden Fall wieder ein bisschen Unterstützung. Beziehungsweise überall gerade so ein bisschen. Systeme bereit. Ganz ruhig. Dann greift ihr nicht erst mal den ein, der euch am gefährlichsten ist. Konzentriert euch. Macht sie fertig. Einheit befördert. Kommander. Ich würde sagen... Zeigen wir es ihnen. Genau, zeigen wir es ihnen. Ich hoffe, die geben wir es hier nicht so allzu schnell kaputt. Wart mal bitte hier hoch. Wir werden da mal ein bisschen... Ein bisschen für Rampalzahn versorgen. Machen wir bitte hier oben. Machen wir es ihnen. Ähm... Da waren... Oh, Raketentrupps drin, ne? Raketentrupp einsatzbereit. Unsere Basis wird angegriffen. Das ist ein bisschen suboptimal. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Werden wir tun. Raketentrupp kampfbereit. Ah, die ganze Raider. Kommt mal bitte mit helfen, hier oben. Das ist zwar nicht so effektiv gegen die Fahrzeuge, aber es ist quasi gar nichts. Oh Gott, was ist hier oben los? Unsere Basis wird angegriffen. Melden uns zum Dienst. Machen wir den da. Raketentrupp einsatzbereit. Und ihr seid Stufe 2. Okay. Ja, Sir. Raketentrupp einsatzbereit. Herr standen, Commander. Kommt mal bitte, ja. Raketenbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Seien nur gut angegriffen. Kommt die kaputt mit den DMTs? Nee, wir werden sofort beschossen. Operation läuft. Okay, wir brauchen hier oben ein paar Raketentrupps, die die Sache mal klären. Einheit befördert. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Werden wir tun. Die Basis wird angegriffen. Bei Gelegenheit. Einheit wird angegriffen. Ja, Raketentrupp einsatzbereit. Es kann losgehen. Kommt mal bitte hier rüber. Raketentrupp einsatzbereit. Erfolgt eure Ziele. Kommt mal bitte ein Stück zurück. Oh, die sind schon wieder an unsere Basis. Gott, bleib bitte hier rüber. Wir brauchen euch. Aber mir, jetzt sieht es eigentlich schon ein bisschen besser aus als vorher. Raketentrupp einsatzbereit. Ich brauche übrigens Infantrie. Unsere Basis wird angegriffen. Infantrietruppe aufgepasst. Raketentrupp aufgepasst. Infantrietruppe bereit. Das Wichtigste ist, dass wir uns zusammen eigentlich beschützen. Einheit befördert. Ja, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Die Entsatz-Truppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Ich werde, glaube ich, mal einen von den ausgebildeten Raketentrupps nutzen. Infantrietruppe bereit. Melden uns zum Dienst. So, ihr bleibt mal bitte hüben und ihr kommt schon mit hier rüber zur Unterstützung. Wir haben bloß auch zwei Sammler. Okay. Ihr kommt mal bitte hier hoch. Mit euch werde ich jetzt gleich... Naja, den... Ich werde dich gleich rüberbringen. Raketentrupp aufgepasst. Raketentrupp kampfbereit. So, einsteigen bitte. Ich brauche euch. Da oben. Unsere Basis wird angegriffen. Versucht mal da oben. Obwohl, wartet mal. Wartet mal damit. Bis wir die da Elimiter haben. Haltet durch. WMT erwartet befehlen. Oh nein, die sind schon wieder hier. Verdammt. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Sammler verruhen. Einheit wird angegriffen. Diese anvisieren. Raketen drauf einladen. Ich würde die Geschichte, glaube ich, mal laden lassen. Äh, wir werden ja gerade so ein bisschen überrannt. Ähm, einmal laden bitte. Sammler wird angegriffen. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Ja, wir wissen das schon. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um Ihnen zu helfen. Einheit wird angegriffen. Ich frage mich ehrlich gesagt, was ich hier besser machen könnte. An der Stelle, bei der Mission. Einheit verlobt. Feindliche Einheiten in sich. Aufgepasst. Unsere Basis wird angegriffen. Nagelt sich fest. Ähm, jetzt geht das 지금 wieder los. Die отметentruppe. Sammlers agenten drauf. Sammlern Angriff. ich setze es einfach einmal ein mit drei die waffen bereit ist in dem bmt ja du kommst auch noch mal mit vorsicht und dann werden wir das mal so mit bisschen druck mal versuchen wir haben wir waren einfach mal ein pro panzerbein ganz ehrlich abgebrochen bodenunterstützung so in ihr war die entsatztruppen der gd stehen unter beschuss schicken sie truppen in die normen der stadt um ihnen zu helfen ihr kommt mal hoch weil oben komische oder unsere freunde und das nicht gerade wenig einfach als sperr spezial dienen wir werden hier kurz minimal überrannt unsere basis wird angegriffen abgebrochen einheit wird vorsicht mit dem zeichnen warum bewegst du dich nicht raketengruppeinsatz bereit bmt wie ist der plan raketengruppeinsatzbereit ihr solltet ihr dich ähm naja eliminieren lassen es kann losgehen raketenbereit bitte mal in das haus wir brauchen nämlich den mobilen Bauhof dringendlichst die entsatztruppen der gd stehen unter beschuss schicken sie truppen in den norden der stadt um ihnen zu helfen ja tun wir schon oh ihr unterstützt das ding jetzt hier einfach wir müssen ja jetzt ein bisschen initiativ aufbauen raketengruppeinsatzbereit wir haben ein problem was kommen wir mit den ja aufgepasst ihr kommt dann bitte hier runter kommt doch mal zurück mensch geht doch mal in die sieben soweit vor die entsatztruppen der gd stehen unter beschuss schicken sie truppen in den norden der stadt um ihnen zu helfen infanteriegruppeinsatzbereit aufgepasst und jetzt kommt diese welle die mich damals geküsst hat einheitbereit bodenunterstützung kommt dann mit hier hoch zielgebiet sichern raketentruppeinsatzbereit kampfbereit ziele anbieten einheitbereit 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 natürlich schön durch die einheiten durchfahren feind in reichweite hier lang männer aufgepasst und jetzt hätten wir soweit jetzt muss ich bloß die hüben wieder verteidigen lassen so ich brauche ich mal hier vorne ich habe die da macht mal den knoten da kaputt weil wir brauchen das mbf so schnell wie möglich jetzt die stelle bodenunterstützung raketentruppeinsatzbereit raketentruppeinsatzbereit ich müsste jetzt ganz ehrlich sagen die müssen ähm ist ein bisschen anstrengend die einstehen unter beschuss schicken sie truppen in den norden der stadt um ihnen zu helfen na kommt wir haben es gleich sehr schön wir haben das mbf die basis kann nur mit einem intakten mbf wieder aufgebaut werden eskortieren sie es zur gdi basis zurück und errichten sie einen bauhof werden wir tun kursi und dann zeigen wir denen mal aus welchem holz wir geschnitzt sind das gdi verstärkungsteam steht jetzt unter ihrem kommando einheit befördert einmal vorrücken bitte zeig mal kurz her bringen sie das mbf unversehrt zur gdi basis zurück ok das wird zwar schwer aber wir sollten das hinbekommen wenn ich in der zwischenzeit unsere basis mal wieder kaputt gemacht wird haltet die waffen bereit gott so einmal vorrücken bitte wir müssen uns jetzt beeilen greifen an sammler wird angegriffen ok ich würde mal laden lassen wir wurden nämlich gerade so ein bisschen überrannt aber an der stelle würde ich erstmal sagen ich bedanke mich fürs zusehen und bis zum nächsten mal tschüss